Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033. In der letzten Folge sind wir ja in diesem Raum eingesperrt... äh, sind wir in den Raum eingeschlossen worden, weil die blöde Tür einfach hinter uns zugegangen ist und uns halb aufgespießt hat. Und jetzt gehen wir mal in diese Plörre. Jetzt ist nun die Frage, wohin? Also da sieht's aus, als wär's zu Ende. Okay. Haben wir schon mal einen abgehakt. Der ist auch zu Ende. Oder nein, der geht sogar hoch. Ne. Ah, da liegt ein Schuh. Kann ich den vielleicht looten? Meins, 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 meins. Hm, ne, da komm ich nicht hoch. So, dann bleiben ja eigentlich nur noch die da. Was, 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 was? Ah. Ja, ich glaub, wir müssen da lang. Das heißt, ich geh erstmal da... Ne, das ist die zweite. Nach oben möchte ich jetzt auch nicht. Das Vieh hat mich voll erschrocken. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat mich... Äh, äh. Das hängt schon wieder gut an. Ich will da nicht hoch. Scheiße. Ich lad nach erstmal, bevor ich da hochgehe, weil... Wenn ich nicht nachlade, haben wir ein kleines Problem. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das? Das war's. Das ist nur die Frage, kommt es wieder? Ah. Also, von hinten kann es auf jeden Fall nicht kommen. Oh, ich hab... Ich hab grad übel Schiss. Ah, ist bloß das Vieh. Okay. Das kommt jetzt da wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Au. Geh weg! Jetzt hab ich gedacht, das macht ne Kugel und rollt mich um. Sag mal, wieso ist denn das schon wieder so dunkel? So. Wow. Was ist das denn hier für ein Riesenareal? Sieht fast so aus. Jetzt müssen wir einmal komplett rum, ja. Hier runter kommen wir ohne... ...probleme, ja. Hat ja gut funktioniert. Und ich glaub, der liegt hier auch schon ein bisschen länger. Hm. Kann man den zerstören? Da könnte ich zwar hin, möchte ich aber noch nicht. Ich möchte eigentlich hier hoch. Ich frag mich immer, warum das manchmal hängt. Das kann eigentlich nicht sein, weil ich drück die Taste ja nicht und davor ging's ja auch. Äh. Panik. So. Wen haben wir denn da? Niemanden. Außer den da. Steht kein Name drauf. So. Einmal nachladen. Wow, wir haben jetzt ein 4. Und dann... ...gehen wir in die Richtung. Wo kam das her? Ich hab Angst. Hallo, hallo, hallo. Ja, noch. Scheiße. Warum kommt da die Bahn? So, so, so. Hat sich die da gerüttet? Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schau ich mir mal an. Irgendwie hab ich ein ungottes Gefühl dabei. Ach, Quatsch. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Hm. Es gibt keinen anderen Weg, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte da aber eigentlich gar nicht rein. Fällt das nicht. Der 6. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Aber okay. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir waren jetzt nah an D6. Kaun zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viel Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Rufen wir's mal. GASMASKEN, SCHNELL! Schon wieder. Ich hab sie gerade... Ich hab sie doch gerade abgesetzt. Artyom, nimm meinen Ersatzfilter. Danke. Boah, war hier 8. Ersatzfilter. Das waren aber 8. Ja, sind wir da. Ich will da aber nicht raus. So, ich guck jetzt mal nach hinten. So, jetzt ist die Frage, müssen wir da runter? Nee, dann geh ich doch da. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst sowjetische Militärgebäude zu viel. Passt also gut auf. Besonders du, Artyom. Warum wir? Hm, sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ulman Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier. Ich will da nicht hin. Das ist etwas unheimlich. Aber nur etwas. Hier liegt auch nichts, was man gebrauchen könnte. Das kann doch gar nicht sein, dass da nichts, wirklich nichts gibt. Oh. Oh. Ah. So, wir müssen jetzt mal kurz warten. Ich bin da ein bisschen in den Strom getreten. Das war vielleicht keine gute Idee. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas. Und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Nee, 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 nee. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Wäre schon cool, ja? Boah, es quietscht alles. So, lauf doch mal ein bisschen schneller. Scheiße, wir haben kein Licht mehr. Ich auch nicht. So, wieder mal ein bisschen pumpen, pumpen, pumpen. Wow, so viele Schalter kann ich da einfach drücken. Irgendwas drücken, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, die Escape-Taste leuchtet. Hey, Miller! Was ist los? Nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Okay. Kann ja nur schief gehen. Kann ja nur schief gehen. Artyom! Da müssten vier Starter-Motoren sein. Such sie! Okay. Gut, geht es hier hoch. So, Nummer 1. Okay, dann mache ich erst alle Abdeckungen auf. Bei meinem Glück fahre ich auch gleich runter. Drück die Knöpfe auf, mein Zeichen! Zweiter Knopf! Ja, scheiße, wo ist zweiter Knopf? So, 1. Ja. Ja. Achso, gedrückt halten. Zweiter Knopf! Hab ich doch. Erster Knopf, fast da! Okay, erster Knopf. Vierter Knopf! Okay, wenn du das sagst. Gott, das wackelt hier übelst. Erster Knopf! Warum immer so unterschiedlich? Vierter Knopf! Verdammt! Erster erledigt! Erster Knopf! Oh! Kann der sich mal entscheiden? Dritter Knopf! So! Das war nix. Ja! Na los! Komm hierher zurück! Hurra! Okay, Soldaten. Zum Wandsteig. Wir versuchen, das Ding zu starten. Ja, das Ding fällt unter mir zusammen. Ja! Ich muss das Ganze laut sagen. Los! Starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnung's los! Scheiße! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion! Ja, einfach draufhauen! He-Heh! Hey, Oberst! Was ist los? Wir sind fast runtergefallen! Alles gut! Artyom, wir rücken ab! Genug mit der Ausrüstung gespielt! Alles klar, wenn du das sagst, dann gehen wir mal. Kann ich da auch durch? Nee! Schon cool, dass wir hier was sehen. Aber der Typ läuft mir immer noch zu langsam. Da. Hi! Hi! Wir warten nur noch auf den da. Na komm, mach halt hin, äh! Wir haben nicht ewig Zeit. Los! Ich glaube, ich würde dem Ding nicht vertrauen. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Etwas. So, aber was hier noch auf uns lauert, das entdeckst du alles erst dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss!